Sie sind hier, vergrößern, verkleinern die Teams der 2. Bundesliga in Form Check, Urheberrecht, Sport 1 Grafik, Getty Images, Imago 29. Januar 2019, 10.30 Uhr München, 11 Tage nach dem Rückrundenstart der Bundesliga geht es auch in Liga 2 wieder zur Sache. Sport 1 checkt die Form der Teams vor der Rückrunde. Elf Tage nach der Bundesliga startet auch Liga 2 ins Jahr 2019. Ab Dienstag rollt wieder der Ball. Wie ist der Stand der Dinge bei den 18 Teams? Wer sind die Gewinner und Verlierer der Wintervorbereitung? Sport 1 macht den Form Check. Wer sind diejal eigentliche, die главen Dio System ver Israelites für mich läuten.